Das hat absolutes Karibikfeeling für mich. Schaut euch das mal an! Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind gerade beim Appell auf den Utschka. Genau Richtung Mala Utschka. Also wir queren den Utschka-Gipfel heute unten durch. Das ist die Istren Tour 8, glaube ich. Die ist überall auf der Karte vermerkt. Und von Mala Utsch geht der Trail Richtung mit Weha. Das ist richtig eine coole Sache. Es ist teilweise Lost Place-mäßig drinnen und von der Schwierigkeit im mittleren Bereich. Obwohl es da unten nicht zu unterschätzen ist, wie gesagt, wenn es regnet. Ja, weil es nass ist, ist böse. Wie am Gardasee. Wer schon mal am Gardasee war, der kennt sich jetzt. Genau. Wir fahren heute mit den E-Bikes, weil der Appell dann ganz ordentlich zum gestalten ist. Was da unten zum Aufpassen ist mit dem Appell, schaut sich wirklich die offiziellen Wege an. Weil wenn du da wegkommst von den Hauptrouten, das sind wirkliche Karrenwege. Also das ist in Istrien oder in Quartien generell, die sagt, dass das einfach nur so Schleifwege sind. Also da ist dann teilweise zum Firmen. Und weil auf Martin und Vicky schon die Badebucht wartet. Die lieben nämlich auch mein Meer. Das ist die Auffahrt auf den Utschka und man hat immer wieder den göttlichsten Überblick übers Meer. Es ist echt mega schön. Und es schlängelt sich hier so hoch über Olivenhaine, kleine Wohngebiete. Also es ist wirklich ein geiler Appell. Und super einfach, weil läuft her. Hier wird gerade nochmal fotografiert. Die Bilder findet ihr natürlich wie immer bei uns auf dem Blog www.freedinc.at oder natürlich auf Facebook und Instagram auch immer unter www.freedinc.austria. Und ja, da drüben sieht man dann Krück und Gräs. Und wir sind in der Aquaner Bucht. Jetzt schon wieder krass steil rauf. Mit dem E-Bike ist es aber eh wurscht. Aber dann können wir da gleich steigen. Also von dem her ist es steil, ja. Da oben geht es dann wie auf so einer Hochebene ein bisschen rüber erstmal. Da unten zwischen den Wolken ist das Meer. Es schaut aus, wie wenn es einfach nur Wolken wären. Aber es ist schon das Meer. Da hinten sieht man auch noch ganz leicht die Insel. Und für uns geht es jetzt hier noch ein Stückchen weiter, bevor dann der Trail kommt. Da hinten schimmert es auch durch. Da seht ihr es da? So, wir können euch Istrien zeigen. Aber wenig mehr. Da, wo eigentlich ein Meer wäre, sind jetzt Wolken. Dafür sind wir mittlerweile aber wieder zu dritt. Die Yuki war nämlich vorher schon voraus. Die Aquaner Bucht sehe ich mir leider nicht. Aber ein paar Fotos sind wir eingeblendet. Gleich vom letzten Jahr. Klar. Da läuft das Video, dann kommt ein Foto und dann läuft wieder das Büttel weiter, oder? Echt. Vicky, hier das Update. Da ist mittlerweile schon nur noch ein kleines Pflaster drauf, zum Glück. Und die Hand? Ah, die ist jetzt auch schon verplastet. Aber da drückt es sogar durch. Ja, man kann es schon lassen. Also es ist noch ordentlich offen. Es ist noch ordentlich offen. Boah. Aber es ist noch viel zu dritt. Ja, ja, ja. Und dieses ist auch schon weg. Ah, das ist gut geworden. So, jetzt war es perfekt. Jetzt sieht man es gerade. Jetzt muss ich es kurz präsentieren. Ah, ich hatte eine Ameise am Fuß. Das tut man nicht alles fürs Video. Und hier ist der Trail. Und hier die Ameise. Ihr gebt mir einen Reisern. Ah mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm. I almost can't believe it. Bis zum nächsten Mal. 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 Und mit dem. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Familie Der Martin liebt ja Lost Place Ja Und Kirschbaum Kirschbaum lieb ich auch Mach ich mit deinem Beko Probier es Ey, da hinten ist Juni Boah ja, top Ja Ja , und Frühjahr Ja Ich liebe die Bette Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt haben wir gerade den Blick übers Meer So kommen die Stufen raus Echt geil Sind wir schon alle ein bisschen durchgerüttelt Trotz Fuli Da unten sind wir Für die beiden geht es an die Badebucht nach Und für mich Hier ist mein Campingplatz Da geht es für mich hin Und so Das war eine coole Sache Fotos und Videos von der Badebucht folgen So, Radl ist wieder beim Laden Kamera schon beim Rüberladen Aus iPhone, damit ich es dann bearbeiten kann Weil von der Insta muss man es ja dann eben erst aussuchen Und da sind sie auch schon Und da sind sie auch schon Meine beiden Was auch immer sie da gerade treiben Ich zeig's euch mal Hallo Hallo Mie Stein 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 Das ist die Badebucht vom Campingplatz Ich finde, die kann sich durchaus sehen lassen So, viel los ist nichts Zwei Leute sind genau im Weg Die decken wir mal ab Damit es keinen Stress gibt Jetzt sind wir bei der Strandpromenade von Mosnitscha Draga Und die sieht so aus Da war ich bis jetzt auch noch nie Ähm Ich weiß nicht, wie voll das normalerweise ist Aber im Moment ist man einfach nur Muttersehen alleine Und hat diese geilen Holzstege hier überall Und ein paar Geräte zum Trainieren Gehen wir in erster Reihe ganz unten auf den Holzbalken Übrigens gibt es da natürlich auch was zum Reingehen Ein bisschen abenteuerlich, aber vorhanden Und da hinten ist das Ortschaftal noch zu sehen Und heute ist es eben recht windig Jetzt fetzen da die Gansett-Surfer in der Gegend rum Und mein Kleiner möchte die Gansett-Steine ins Wasser werfen Jetzt haben wir hier noch eine nette Beachbar entdeckt Ich weiß natürlich echt aber nicht, wie viel hier normalerweise so los ist Aber im Moment ist gar nichts los Und das hat absolutes Karibik-Feeling für mich Schaut euch das mal an Wahnsinn, oder? Das ist einfach nur Gras Und das ist dann die Fahr Ich boxe zu Aua, da ist kalt Aua, da ist es kalt Aua, da ist es kalt Aua, super quasi isotonischen Getränk, zählt das jetzt auch vermutlich, oder? Für mich ist es ein Gerstensaft. Gerstensaft und Chip. Ich gehe nicht oben, oder? Ist doch für die Fische, oder? Für der Winter sind die Füße sauber, die ist für die Füße sauber. Ja, damit hoffen wir, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Der Nachwuchs schreit jetzt nach Essen, deswegen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.